Liebe Leute, Grüße zum Witz von Lutker. Heute ist der Kriminelle Witz. Mensch, zu mal weit. Hallo liebe Leute, Grüße zum Witz von Lutker. Heute ist der Kriminelle Witz und Post mit der Fan-Taste. Ihr habt einen Shop oder so ein Shirt. Und der Witz ist von Jonas und Grüße gehen von ihm an Philipp und Nick. Und wenn der Witz über ihn riecht, könnt ihr auch. Dann könnt ihr noch zwei von den Grüßen und der Kriminelle Witz. Sie geht so. Womit brät ein Krimineller seine Kartoffeln mit einer Pfanne mit Antihaftbeschichtung? Womit brät ein Krimineller seine Kartoffeln mit einer Pfanne mit Antihaftbeschichtung? Und Erklärung. Normalerweise braucht man die Antihaftbeschichtung, damit es nichts anbrennt. Aber der Kriminelle braucht eine Pfanne mit Antihaftbeschichtung, damit er nicht in Haft in den Knast kommt. Da braucht er eine Beschichtung, dass er vom Knast vorbeikommt. Okay, zur Kau mit der Union.